Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Carlos, mein Bester, wir sind nämlich auf Caldera, 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 und wollen nach Kassia suchen, wollen Mara aufhalten, müssen Bericht erstatten und deshalb quatschen wir mal mit dem Chef hier. Worin besteht das Abkommen? Worin besteht das Abkommen? Das Abkommen besteht darin, dass wir ihr alle magischen Artefakte ausliefern, die uns in die Hände fallen. Im Gegenzug verspricht sie uns freies Geleit nach Arvorea. Die Narren scheinen ihr das zu glauben. Die haben sogar Sebastiano beauftragt, dir das Artefakt abzunehmen. Hör auf. Er hat es versucht. Das dachte ich mir, als ich sah, mit welchem Schiff du in den Hafen eingelaufen bist. Aber am besten, du erzählst mir gar nicht erst, wie du an die Black Betty gekommen bist. Ich bin mir sicher, du hast für unsere Sache gehandelt. Wir haben sie ehrlich geborgt. Ja, ganz bestimmt. Wie konnte es nur so weit kommen? Wie konnte es nur so weit kommen? Von den fünf Mitgliedern des Hohen Rates sind es im Wesentlichen zwei, die die Entscheidungen beeinflussen. Zum einen ist das Maurigato, der Vertreter der Handelsgilde. Und zum anderen Kommandant Corrientes, der Vertreter der Protektoren. Aber Corrientes ist zur Zeit nicht hier, also hat Maurigato das Sagen. Als Maras Bote hier ankam, hat Maurigato ihn sogar persönlich empfangen. Schön. Wer war der Bote? Wer war der Bote? Der Piratenkapitän Garcia. Er und seine Leute haben sich anscheinend mit Mara verbündet. Er kam unter der weißen Flagge in den Hafen gesegelt. Warum ist Corrientes nicht hier? Er ist zu einer Expedition nach Arborea aufgebrochen. Das war kurz nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Erzähl mir mehr über Maurigato. Erzähl mir mehr über Maurigato. Maurigato ist zur Zeit der mächtigste Mann in Caldera. Er wird alles tun, was ihm und seiner Handelsgilde zum Vorteil gereicht. Ich bin auf der Suche nach Garcia. Ich bin auf der Suche nach Garcia. Warum? Weil er eine der vier Waffen hat. Garcia hat sich eine Zeit lang in Caldera aufgehalten, bevor er wieder gefahren ist. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Aber er hat gewiss Spuren hinterlassen, aus denen du schließen kannst, wohin er gefahren ist. Ich muss nach Caldera. Ich muss nach Caldera. Sehe ich auch so. Fang am besten bei Maurigato an. Er hatte auf jeden Fall mit Garcia zu tun. Die Wache wird das Tor für dich öffnen. Sei vorsichtig da drin. Ja, wir werden uns Mühe geben. Was wissen wir über Mara? Was wissen wir über Mara? Mara ist der Titanenlord, der das gesamte Meer beherrscht. Aber es sieht so aus, als ob ihr das nicht reicht. Seit die ersten unserer Schiffe in Arborea gelandet sind, werden wir von ihren Kreaturen angegriffen. Super. Es sieht so aus, als ob sie verhindern will, dass wir uns in die neue Welt absetzen. Aber die Sache hat auch ein gutes. Seit wir Maras Attacken ausgesetzt sind, sind die Wassertitanen von den Meeren verschwunden. Dafür macht uns jetzt der Kraken Probleme. Super. Was wissen wir über dieses Mistviech? Was wissen wir über den Kraken? Wir vermuten, der Kraken ist kein Titan, sondern ein uraltes Wesen, das zusammen mit den Titanenlords aufgetaucht ist. Unsere Kanonen richten keinen Schaden an. Wir brauchen eine mächtige, magische Waffe. Was ist mit Ursegor? Was ist mit Ursegor? Wer weiß, was passiert wäre, wenn du Ursegor auf Faranga nicht freigelassen hättest. Vielleicht hätte Ismail uns schon längst überrannt. Vielleicht hat auch gerade das zum Untergang des Alten Reiches geführt. Nein. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Wie auch immer. Wir müssen uns jetzt auf Mara konzentrieren. Was wissen wir über Ismail? Was wissen wir über Ismail? Über ihn ist nur wenig bekannt. Er und Ursegor haben das alte Reich in Schutt und Asche gelegt. Egal, welcher der beiden Titanenlords den Sieg erringt. Wenn er sich entschließt, Caldera direkt anzugreifen, sind wir geliefert. Dagegen kann uns selbst der magische Kristall unter der Festung nicht mehr schützen. Na super. Großartig. Viel Glück bei deiner Suche nach Garcia. Ja. Danke. Glaube ich. Das ist auch eine 60er-Truhe. Jo. Das sind ausgesprochen schöne Aussichten, ne? So. Ähm. Ich brauche einen neuen Spielstand. Und komm. Das ist er. Der Zehner. Ja, bitte. Stell gestanden! Jawohl. Erdacht. Wohin? 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 Da oben ging es zu uns im alten Zimmer, ne? Ist hier vielleicht irgendwas Neues noch zu mitnehmen? Eine Müze voll Schlaf? Ja, bis zum nächsten Morgen. Das können wir machen. Äh. Ja, 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 ja. Ach, das tat gut. So. Da oben war nur ein Ausguck eigentlich, ne? Ich habe trotzdem nicht wirklich Ahnung, wie man ins Land das Innere kommen tut. Wahrscheinlich einfach hier durch ein Gebäude durch, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Da geht es jedenfalls nur runter. Hier geht es nochmal auf. Ach so. Hier wahrscheinlich, ne? Hallo. Macht das Tor auf. Befehl von Kanos. Sofort. Haben wir schon gefunden. Wohin, das. Toll. Schaut's aus. Mhm. Toll, toll, toll. Gibt es irgendwas zu mitnehmen? Hallo. Was? Kaum ist der eine Pirat weg, kommt schon der nächste. Mhm. Kommen da noch mehr, oder? Warte mal. Ich kenne dich doch. Tatsächlich? Klar, ich habe dir doch eine Zeit lang rumbesorgt. Und? Wie ist es dir ergangen? Sie haben dich gefeuert, habe ich gehört. Genau. Was glaubst du, wie es mir ergangen ist? Oh Mann, alles klar. Wenn ich helfen kann, lass es mich wissen. Wo ist der hohe Rat? Wo ist der hohe Rat? Immer geradeaus. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass man dich dort empfängt. Das lass mal meine Sorge sein. Wo wohnt Maur... Maurigato? Maurigato. Wo wohnt Maurigato? Über die Brücke, im ersten Haus auf der linken Seite. Mhm. Gut, dann werden wir gleich einen Besuch abstatten, ne? Ohne die Magier wäre es nie so weit gekommen. Servus, ihr zwei. Alles gut? Der hohe Rat hat richtig gehandelt, als er sie aus Caldera verbannt hat. Aber die Kristallfestung wird uns nicht ewig schützen. Es heißt, wir fahren bald alle nach Arborea. Und da gibt es dann einen neuen Krieg. Wenn der hohe Rat Frieden schließt, ist dieser Albtraum endlich vorbei. Hast du mal nach Norden geschaut? Ich glaube nicht an Frieden. Hoffen wir das Beste. Ja. Eben. Immer positiv bleiben. Hallo. Aha. Ein weiterer Flüchtling aus dem Reich. Wenn du Arbeit suchst, kannst du Kisten schleppen. Ich bin kein Flüchtling. Du kommst von der See? Mhm. Bist nicht der erste Pirat, der hier einläuft. Was weißt du über andere Piraten? Was weißt du über andere Piraten? Garcia, der Käpt'n, war bis vor kurzem in der Stadt. Maurigato hat ihn in den Hohen Rat gebracht. Und? Nichts und. Aus solchen Dingen halte ich mich raus. Der hohe Rat kümmert sich um die Politik. Ich kümmere mich um die Kisten. Was sind das für Kisten? Was sind das für Kisten? Waren aus Takarigua. Vor allem Zucker. Alles wird genauestens geprüft und abgerechnet. Kannst du nicht mir geben. Und es ist das erste Mal, dass hier die richtige Anzahl Kisten ankommt. Ich wollte es zuerst gar nicht glauben. Aber es stimmt. Weißt du was? Darauf gebe ich einen aus. Boah. Danke. Das ist nett. Wer sitzt alles im Hohen Rat? Wer sitzt alles im Hohen Rat? Der Rat besteht aus fünf Leuten. Der lehrte Custodio hat den Vorsitz. Mauregato hat den Sitz der Händler. Puko spricht für die Bauern. Und dann sind da noch Godin, der Handwerker, und Kommandant Corrientes. Und der hohe Rat trifft alle Entscheidungen? So ist es. Aber ich weiß nicht viel darüber. Macht ja nichts. Probieren wir mal den Taschendiebstahl. So gut bin ich auch nicht. 55 brauchen wir. Dann schauen wir mal, ob es klappen würde noch. Was brauchte man dafür? Silberzunge. Na, Taschendiebstahl. Ich tipp. 55 kriegen wir hin, ne? Mit... War das der Ohrring? Na, war schon das Amulett, ne? Warte, warte, warte. Nein, das war kein Amulett. Das war der Ring, war das. Genau. Der da. Jetzt müsste es passen. Das hat sich gelohnt. Sauber. Super. Ähm, und wieder umrüsten, selbstverständlich. So. Das haben wir schon mal. Das ist gut. So, was haben wir hier rüben? Einen Brunnen mit ein paar Flaschen. Eine Pfui-Nuss. Also eine Gagga-Nuss, ne? Wer bist denn du? Halt! Kein Zutritt! Mein Herr Azzuro will nicht gestört werden. Jawohl. Dann gehen wir wieder. Dann müsste da drüben der andere Typ sein, ne? Wer bist du? Hey, was willst du hier? Ist das Mauregatos Haus? Dann lass mich durch. Du siehst nicht so aus, als hättest du einen Termin. Ich glaube kaum, dass Herr Mauregato dich erwartet. Freundlich. Es ist ein Überraschungsbesuch. Ich will nur kurz mit ihm reden. Mein Anliegen ist bedeutender für Herrn Mauregato. Ist bedeutend. Ähm. Überraschungsbesuch? Es ist ein Überraschungsbesuch. Mauregato mag keine Überraschung. Kurz mit ihm reden. Ich will nur kurz mit ihm reden. Ach ja? Du siehst nicht aus wie jemand, der nur reden will. Ich warne dich. Wenn du vor hast, Ärger zu machen, wirst du mich kennenlernen. Dich kennenlernen? Das klingt wirklich wie eine Drohung. Oh, hoppala. Das habe ich versaut, ne? Gerade nicht. Ja. Das habe ich für das Säbchen. Und braucht gute Männer. Und braucht gute Männer. Willst du dich freiwillig melden? Als Rekrut nach Arborea? Dann drücken sie dir wenigstens eine Muskete in die Hand. Was bleibt mir denn sonst übrig? Als Feldarbeiter kriegst du höchstens eine Hacke. Geh ich da rein? Oh. Leise. Leise. Ich speichere mal kurz. Ähm. Da drauf. Ja, genau. Ich bin mal kurz leise. Haha. Ich hab was Stippi. Jetzt. Ich hab was Stippi. Jetzt. Nein, 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 nein. Das müsste auch gehen. Warte kurz. Ähm. Inventar. Wir tun wieder den Ring wechseln. Ja. Und dann rauben wir den da aus. Feine Geschichte. So. So einfach wird's nicht gehen. Tatsächlich. Das geht so einfach. Okay. Ich mein, das hab ich gewusst. Ähm. Kugel. Schwertgriff. Wellendänzer. Was ist denn dort? Ein Radschloss gibt's auch dazu zum Bauen, ne? Was ist denn der Wellendänzer? Also es gibt zwei Teile wieder mal. Es gibt den... Die Klinge und den Griff. Ja. Dieser Griff gehört zum legendären Schwert Wellendänzer. Zusammen mit der Klinge kann man das Schwert neu schmieden. Wellendänzer. 60 bis 100 Schaden. Die Waffe ist gut. Talent. Hiebwaffe. Hiebwaffe plus 20 Gold wert 600. Keiner weiß, wo es geschmiedet wurde. Keiner weiß, wie viele Leben es schon genommen hat. Gut. Wir nehmen auf jeden Fall mal alles mit. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ist da irgendwas von wert, bis auf das Bettchen zum Schlafen? Oh, sonst ist da nix. Nobody knows. Ist da drüben. Da ist noch eine Kiste. Ich werde auf jeden Fall speichern. Der Trottel hat mich noch nicht bemerkt. Das könnte unser Glück sein. Das könnte unser Glück sein. Dann, ähm, so ja, die Truhe geht auch einfach auf. Alles gut. Schrott, Lundenschloss, Pistolenlauf und trichterförmiger Lauf. Warte zum Teufel. Lundenschloss. Gold wert 15. Ein einfaches Schloss für den Bau von Pistolen und Musketen. Dann den Lauf. Der Lauf einer Pistole. Ja, lol, ne? Trichterförmiger Lauf. Wichtiges Bauteil für den Bau von Schrottpistolen. Passt mir auch gerne alles mit. Alles gut. Fernando. Servus. Warum störst du mich? Du siehst aus wie der Mann mit den Feuerwaffen. Ich bin der Mann mit den Feuerwaffen. Obwohl, eigentlich ist Meister Godin der Experte. Ich setze nur ein paar seiner Ideen um. Falls ihr da das Quietschen vorhin gehört habt, habt's ne Durchzugsstraße und so. Ihr wisst ja bestimmt. Äh, erzähl mir von Meister Godin. Erzähl mir von Meister Godin. Er ist ein Genie. Ständig tüftelt er Verbesserungen für die Feuerwaffen aus. Seine Konzepte für die doppelten Ratschlösser waren brillant. Dafür haben sie ihn zum Mitglied des Hohen Rates ernannt. Männer und ihre Spielzeuge. Ja, Petit, da hast du recht. Ich muss in den Hohen Rat. Ich muss in den Hohen Rat. Ich bin zwar selbst ab und zu im Rat, aber nur, wenn Meister Godin einen Auftrag für mich hat. Wenn du kein Mitglied bist, brauchst du ein besiegeltes Schreiben. Versuch's doch mal bei Maurigato. Vielleicht kannst du in seine Dienste treten. Mhm. Was weißt du über Maurigato? Was weißt du über Maurigato? Ich beteilige mich nicht an den Gerüchten über ihn und Garcia. Aber ich bin sicher, du findest genug Leute, die dir was über ihn erzählen. Verkaufst du auch Waffen? Verkaufst du auch Waffen? An dich? Hm. Offiziell gehörst du nicht zu uns. Du kannst dir einen schriftlichen Antrag besorgen, den unterzeichnen und besiegeln lassen. Ich bezahle mit Goldmünzen. Das geht auch. Ach, na super. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Du hast Nerven. Wir sind hier in Caldera. Wenn ich dir beibringe, wie du mit Gewehren umgehst, finden die das sofort raus. Wo ist das Problem? Du gehörst halt nicht zur Inquisition. Also, nichts für ungut. Immer die Vorschriften. Dann lass uns handeln. Eine Bombe, Pulverfass, Duellpistole, Pistole, abgesägte Kaperbüchse, Kugeln, Schrott und Bauplan für die Zwillinge. Wie viele Kugeln haben wir noch? Genug? Genug. Wir möchten, ich möchte gerne verkaufen. Fluchpuppen, ich bin mir jetzt sicher. Die möchte ich vielleicht noch behalten. Den Schädelzepter sowieso. Haben wir nicht irgendwo was doppelt und fünffach. Sperre zum Beispiel. Also, bis auf einen vielleicht. Nehme ich mal alle mit weg da. Krummdolch. Ich weiß nicht, ob ich sowas wirklich brauchen werde. Dann hatten wir doch einen doppelten Rubinring, glaube ich. Wenn ich den finde. Da eine Schaufel kann er haben. Ah, na, Schwertrolling. War jetzt dumm von mir. Ja, ist gewischt. Hab ich mich grad verdrückt. Keule. Die habe ich einem untoten Wächter abgenommen. Brauchen wir da vier? Wie gesagt, ich behalte eine auf. Axt, dasselbe. Hammer, kann er auch zwei haben. Äh, wie viel Geld haben wir? Und gar nicht zu wenig. Krallen haben wir echt viele. Äh, ich würde sagen, da gebe ich ihm mal 50 oder so. Kann er mal gerne haben. Oder 57, ist eh wurscht. Warzenschweinfell, das behalte ich vielleicht noch. Zähne, Sicheln, Muscheln haben wir auch recht viel. Diamanten haben wir zwei. 21 Jadestein. Okay, man braucht dann drei Knochen und ein Jadestein bei dem einen Rezept von damals. Das ist dann so. Da geben wir auch mal jeweils eines her. Da kann er zwei haben. Den Rest behalte ich schon mal. Okay. Tschüssi. Da brauchen wir so einen, so einen, so einen Voodoo-Kessel eigentlich, ne? Da können wir bei den Shaganumbi vielleicht mal was machen. Ich habe mir lange genug den Buckel krumm gemacht. Dann können wir uns nämlich diese Halskette auch basteln. Eigentlich. So, dann sind wir jetzt hier drinnen. Ich werde wieder speichern. Der Part ist auch schon wieder bald zu Ende. Alter Schwede. Dann mache ich noch einen Part. Ja, bitte. Ich will zum Orbegato. Wen darf ich melden? Ich fände den Weg schon alleine. Natürlich. Die Treppe hinauf. Das offene Zimmer. Danke. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Äh, 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 K. Hat er es mitbekommen? Nein. Glaub nicht. Wenn wir Glück haben, können wir die Truhe noch mitnehmen. Natürlich werde ich auch wieder speichern. Moment. Stimmt. Ich wollte sagen, dass ich noch einen Part dann mache für diese Woche. Und, äh, ja. Dann muss ich nämlich einkaufen fahren. Mein Proviantlager ist leer. Schau. Das hat super hingehauen. Ich habe schon wieder Angst gehabt, dass ich etwas falsch mache. Rumgrok-Proviant. Rohrfisch, rohes Fleisch und rohes Geflügel zum Proviant machen. Super. Oh, ja. Chaka-Paga-Budu. Vielmehr galt der Häuptling Paga-Budu als grausamer Eroberer. Man sagt, er sammelte die Köpfe seiner Feinde auf dem Ritualplatz seines eigenen Dorfes. Seinem eigenen Schädel spricht man große magische Macht zu. Die Marakai bewahren ihn nun schon seit mehreren Generationen. Ah, ja. Der Totenschädel. Super. So, kann man hier auch was stehlen? Hermina. Wo sind dann Harry und Ron? Ich klau da ihr einfach neben ihr, klau ich da alles weg. Hihaha. So. Scharfblick. Ich werde trotzdem nochmal speichern. Ich weiß, ich bin lästig, was das betrifft. Du Pflege. Ich glaube, ich kriege keinen Ärger. Hallo. Boah. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Das riecht ja lecker. Oh, das ist nur eine kräftige Suppe. Nichts Besonderes. Was zum Teufel ist mit dem Gesicht. Naja, ähm, äh, ich wollte eigentlich laufen. Danke. So, fein. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Ähm, die hat das mit der Schminke etwas zu, etwas zu sehr übertrieben, finde ich. Naja, ihr Lieben. Das war's auf jeden Fall wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.